so leute willkommen zurück zu einer weiteren folge von der legend of the wind waker wir hatten uns richtig stark gestruggelt und uns richtig durchkämpfen müssen bis am letzten brocken zum masterschlüssel und der masterschlüssel war ziemlich schwer zu finden und ich habe ihn irgendwie gefunden erst im erdgeschoss in der anderen seite gegenüberliegenden seite wo natürlich die drei eisenprinzen waren und die müssen wir besiegen dann gab es noch die kleinen struggle mit den ganzen blöcke zu schieben sache wegen den ganzen aus aus dem letzten part weil das habe ich jetzt echt die nerven gekostet aber genug in heißen bereich geredet wenn wir jetzt den dungeon endgültig hier heute hier und jetzt weil sie sehen das jetzt erwartet und ich glaube dass es jetzt wahrscheinlich ein sandboss es ist auch einer der beliebtesten was im spiel wir müssen ja auch etwas aus dem weg gehen die gegner müssen wir auch noch ausschalten bevor wir den feuer uns jetzt richtig von uns aber so schwer ist er auch nicht der boss aber da war dann schon etwas schwieriger meiner meinung nach ist jetzt in der ist ich nicht ich 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 Also ich geh mal aus dem Weg zu den Kleinen, zu den kleinen Helferlein. Wenn wir aufpassen, dass man uns nicht trifft, jetzt frisst er uns auf, das wollen wir ihn natürlich verhindern. So, das müsste wohl jetzt gewesen sein. Aber einer der einfachsten Bosse überhaupt. Obwohl es auch eher eine gewisse Ähnlichkeit hat mit Volvagia in Ocarina of Time. Aber naja, in vier, fünf Minuten haben wir es schon geschafft. Ich hätte es wirklich auch im letzten Part reinpacken können, aber egal. So, damit haben wir jetzt alle Dungeons abgeschlossen. Und bekommt jetzt dann unsere Masterschwert dann tatsächlich die volle Stärke zurück. Mal sehen. Das Herzcontinue dürfen wir auch bloß nicht vergessen. Gut, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn schon. Die haben schon die Hälfte. Ist ja auch ziemlich viel. Gut. Gut. Dann lass uns jetzt mal schnell hier in den Teleporter gehen. Mal sehen, dass jetzt passiert. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Das Master-Schwert hat seine alte Stärke zurückerlangt. Die Stärke des Böses zu verbannen wohnt ihm nun inne. Nun mehr ist es das wahre Schwert für einen Helden. Werter Freund Link, damit wäre die alte Stärke des Master-Schwertes, das Böse vom Anlitz der Weltzugverband, vollständig wiederhergestellt. Auch mein Feuerfahrer ist bestimmt darüber erfreut. Ich verbleibe somit hier im Tempel und setze meine Gebete fort. Ich schreite durch das Licht und kehre durch die Oberwelt zurück, werter Freund Link. Auch meine Gebete sind mit dir. Tja, damit haben wir das jetzt auch hinter uns gebracht. Verstehe. Dann ist die verwunschene Bastion also bereits... Oh Mann, was sagt man dazu? Ist ja verlassen hier als meine drei Cousinen von ihren Frauen. So still geworden hier. Man könnte sogar einen Kesselstein umfallen hören. Tick, tick, tick. Jungchen, Jungchen, du machst dir ein Gesicht wie im siebentaggesrauer Seegang. Die Monster sind weg. Wie wäre es, wenn du dich mal ein bisschen freust? Anscheinend sind die verwunschene Bastion jetzt leer gelassen. Link, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Seit jenen Zwischenfall bei dem Waloo Ganon hat in Flammen aufgehen lassen, fällt oberhalb des Meeres jede Spur von ihm. Und nicht nur das. Seine monströsen Schergen, die um Ganons Stützpunkt die verwunschene Bastion patrouillierten, sind auch bis auf den letzten Mann verschwunden. Doch ist momentan meine größte Sorge, wie es um Zelda steht. Link, finde alle Triforce-Splitter und begib dich auf den schnellsten Weg nach Hyrule. Tja, das heißt jetzt, die Quest mit den Triforce werden jetzt nun beginnen. Mal sehen. Wir haben natürlich auch die Karte bei uns. Die werden wir jetzt natürlich jetzt mal aufmachen. Wo befindet sich nochmal... Die ist Karte, Wahnsinns-Karte. Ja. Also, da gibt es noch einige Truhen noch. Aber das wird jetzt nicht so sehr einfach sein, wie wir das denken können. Also eins ist natürlich dann hier drei Dinge entfernt. Das bedeutet, wir müssen dann ganz weit nach rechts. Wir müssen nach Osten. Machen wir uns jetzt auf den Weg zu unserem ersten Triforce. Keine Sorge, ich ziehe schon weg. Aber es wird nicht so sehr einfach sein, bis wir alle Triforce-Teile gefunden haben. Denn ich glaube, Gennendorf scheint wohl jetzt untergetaucht zu sein. Wahrscheinlich sucht er nach etwas. Oder er ist untergetaucht. Und in seinen Plan, den die Zart umzusetzen. Na ja, mal sehen. Und diese Haie kommen jetzt immer wieder im Vorschein. Wir sind eh schon gleich bei den ersten Triforce-Splitter. Bevor es dann bald zum Finale geht. Jetzt heißt es nur noch, die Triforce-Splitter jetzt noch zu sammeln. Die es überall gibt. Irgendwo verstreut. Und da gibt es noch eines im Geisterschiff. Was aber ziemlich... ...sau selten kommt. Also wir sind jetzt eh nicht mehr so weit weg von hier. Hier ist der Tumbe Götter. Das scheint wohl jetzt nicht so ein gutes Zeichen zu sein. Ich möchte hier zulieber viel über nichts nicht angreifen. So. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt noch machen können. Da ist natürlich eine Insel. Tatsächlich. Die restlichen... Ich glaube, es gibt drei bis vier Triforce-Splitter. Dinge, die wir noch sammeln können. Da fliegt auch... Da fliegt auch sogar ein Fisch hier rum. Es ist sehr komisch, dass ich hier nichts treffen kann. soll ich wirklich dann die schiffe dann ausschalten vielleicht sogar das schiff dann versenke ich mal jetzt die schiffe ins meer die rubine jucken mich ja leider wenig okay was jetzt hochkommen kann ich jetzt doch hochgehen ja wie soll ich da hochkommen by the way märkwürdig oh man oh man ich habe keine ahnung wie ich kommen soll scheiße na gut muss ich ja mal ein bisschen jetzt wieder in meinem guide gucken weil ich habe fast vergessen wie es ging mit die ganzen triforce by the way aber naja es ist nicht so sehr einfach wird gleich weitergehen hmm aber es ist irgendwie witz irgendwie komisch wie soll ich da weiterkommen hmm ich habe keine ahnung wie das machen soll ich glaube da gibt es engen weg die frage ist jetzt ich muss einen passenden ort finden um zu um zu rüber zu rüber zu rutschorten 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 und rutschorten aber wenn der im land ich Wenn wir dann die ganzen Triforces jetzt mal finden. Die noch findbar sind. Und da ist ein Loch. Mal sehen, ob wir da jetzt das Triforce finden. Dann gibt es auch viele, viele Räume hier. Wir haben mal diesen Raum hier. Verdammt, einfach kackt. Fuck you. Ja, der Kerl. Boah. Und tschüss. Es gibt auch einige Boss-Räume, die wir durchziehen müssen. Aber getriggert hat sich derzeit gar nichts. Aber wir sollen nicht so sehr, sehr sicher sein. Es gibt fünf Räume hier. Das sind kleine Zwischen-Boss-Räume. Aber ich glaube, diesen Triforce-Teil werden wir noch heute noch holen. Nee, jetzt mal, wenn die Fackel leuchtet. Jetzt kommen wir einen Schritt weiter. Boah. Boah. Komm her. Boah. 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 Ah, der ist ziemlich hartnäckig. Ich werde noch weitere Herzteile dann finden werden. Lass uns überraschen. So, damit haben wir das auch jetzt schon erledigt. Raum Nummer 2. Miss Robs. Da kommt der Miss Robs. Oh Mann. Das Lanz sind die ganze Zeit nur noch vier, oder? Ja. Wenn er ein bisschen nach unten kommen würde. Wieder. So. Nein, der Miss Robs ist einfach zu weit oben. So. Jetzt hat er sich ausgewissrobt. Aber ich glaube, die Energieleiste will ich noch verbessern. Ich glaube, wir brauchen sowieso eine bessere Energieleiste. Zwei Räume fehlen uns noch. Also das ist jetzt der wahrscheinlich letzte Raum. Moblins. Moblins. Ich finde, die Moblins sind mir sowieso ein kleines... Kalibar. Sie von hinten anzugreifen. Und tschüss. Nein, einer von denen ist fertig. Goldene Eisenprinzen hier. Ah, verdammt. Vielleicht reagiert. Ich bin noch früh bei uns, am nächsten Schmerz zu holen. Aber das bringt ja da nichts mehr. Ja. Na, ich schlug sich noch ein Schwert. Leider ein kleiner Backstab. Wie viele Gürteln haben wir jetzt schon gesammelt? Ich glaube, schon unzählig viele. Die sind natürlich dann für den Schwertmeister natürlich wichtig. So, jetzt noch mehr Rubine. Musst du, äh, soll den Wind symbolisieren. Musst du, äh, soll den Wind symbolisieren. Den letzten werden wir erst später holen im Geisterschiff. Du hast einen Dreifuss später gefunden. Wir nennen uns noch weitere sieben, um das Dreifuss zu vervollständigen. Ja, sieben Stück, Leute. Es sind nicht drei, es sind nicht sechs, es sind sieben. Insgesamt acht Stück der Dreifuss-Teile. Aber, naja. Wir können jetzt nichts anders machen. Wir müssen natürlich jetzt jedes einzelne davon finden, um weiterzukommen. Hm. Den hätten wir schon abgehakt. Der nächste befindet sich, hm, wahrscheinlich bei Terris Schiff natürlich. Der andere ist natürlich ein weiterer. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, obwohl der siebte ist, natürlich irgendwo zickelt er herum im Meer. Die anderen sind natürlich mit einer Seekarte verzeichnet, die wir natürlich kaufen können. Eins nur bei Thierry. Aber eins nach dem anderen machen wir dann im nächsten Part. So, dann werden wir mal jetzt rüberfliegen. Hier und mal dorthin. Und das machen wir dann im nächsten Part, Leute. Teil zwei des Dreifuss-Splitters. Wenn wir im nächsten Part holen... Das hat euch, hoffentlich hat es euch dennoch gefallen. Wir werden dann im nächsten Part uns direkt auf den Weg machen. Zum Dreifuss-Splitter. Und der befindet sich... Der zweite Teil befindet sich... Etwas nordwestlich von hier. So. Noch mal nordwesten... Noch nordwesten, wenn wir mal stellen. Machen wir uns aber trotzdem noch direkt weiter. Noch zum nächsten... Triforce. Und der befindet sich hier gerade vorne. Manche sind hier auch unter Wasser gefunden. Ich weiß nicht, wie viele Teile es waren, aber... Die Triforce-Teile sind nicht ganz ohne... Zu sammeln. Ich tippe mal rum. Wir suchen jetzt noch mal schnell die Höhle ab, wo es ist. Und dann machen wir uns... Direkt auf den Weg... Machen wir dann die nächste Triforce-Quest. Erstens haben wir noch die Höhle... Und dann wenden wir dann die Folge. Kann ja doch nicht so schwer sein, oder? Oh ja, diese Insel. Müssen wir was Bestimmtes finden, sicher. So, dann schauen wir mal nach, wie wir das machen werden im nächsten Part. Oh ja, 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 ja! Ah! 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 Nehme... Nehme er... ...seinen schlutzigen Finger von meiner Klinke. Der unverschobene Lümmel. Dies ist anwesend auf nur meine ehrenderte Herrin betreten. Hinfort mit ihm. Er ist nicht hier willkommen. Hm. Splits. Eine Möwe. Zwei Möwen. So viele Möwen. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hm. Naja. Kann uns leider nicht helfen. Was können wir jetzt nur noch tun? Hm. Eigentlich mal rüber zu kommen. Der lässt uns nicht rein. Und ausgerechnet muss jetzt hier der Sturm aufziehen. Naja. Ja. Ja. Ja! 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 Ja, der lässt uns nicht so locker rein. Und dort oben, ich finde, würde das so sein, was wir brauchen. Mal sehen. Wollen wir noch in der Truhe. Die Schatzkarte, was ist denn sonst? Ich habe gedacht, da war das Triforce. Ist da eh das in Wasser dann drin? Wie kommen wir dann rein in das Anwesen von ihr? Wollen wir sehen, was wir jetzt tun können. Beim nächsten Mal. Ja, Madame Marie, jetzt weiß ich schon, was ich hier machen soll. Ich muss nach Portemonnaie. Also hier müssen wir nach Portemonnaie gehen. Warte. Jetzt müssen wir nach Portemonnaie gehen. Zu dieser Lehrerin, die wir schon kennen. Also los, dann gehen wir mal dorthin Also Vorerst Und wenn wir mal ein bisschen nachschauen, was wir noch im Portemonnaie machen können Natürlich müssen wir jetzt sowieso zu dieser Schule rein Jetzt machen wir jetzt mal hier mal Schluss für heute War schon lang genug Zerpart für heute Also wir sehen uns in der nächsten Folge Falls euch Zerpart gefallen hat, lasst gerne ein Like da Und ein Abo, damit ihr nichts verpasst Und mich gerne unterstützen wollt Bis zum nächsten Mal Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker HD Bis dann, haut rein Euer Red Poketendo Ciao Bis dann auch D